so ansehen hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video und ja wie ihr seht das ist das erste minecraft video und soja heute bin ich mal unterwegs mit dem lucas ein freund von mir und ja wir spielen heute ein bisschen minecraft ihr schon gesehen habt überleben schießt aus und ja das ist die erste folge minecraft auf unserem kanal und wir wollen auf jeden fall noch wissen ja wir wollen jetzt in dieser folge ein bisschen farm schon mal ein haus bauen und ja wir schauen mal wie sich das dieser folge so alles entwickelt vielleicht mache ich auch mal ein paar zeitraffer rein mal schauen und ja wir werden jetzt auf jeden fall farmen schon mal holz und so würde ich sagen kannst ja schon ein bisschen holz abbauen Prozent ja mach das mal und so leute ich hab's ja schon gesagt um es wird ein neues Projekt geben aber ich habe noch nicht gesagt welches Projekt das ist und und ja das Projekt wird auch in minecraft sein und nicht mit lucas hier ja ich weiß jetzt auch nicht wie viel mit lucas hier kommen wird also ja das ist eure entscheidung und ja auf jeden fall das neue projekt ist auf jeden fall mit simon hier in minecraft wenn das kommt ich denke mal so jetzt nächste woche jetzt haben wir hier samstag und ja mit dem daily upload hat es auf jeden fall gut geklappt ähm ja Lukas wo bist du hingerannt ähm ja Lukas wo bist du hingerannt wissen wir noch da oder ja hier würde ich machen oder hier ich habe auch schon die ersten äh Cola Blöcke gefunden ja perfekt ein Dorf ich bin hier oben gerade drauf und ich habe direkt ein Dorf gefunden guck mal ich gehe ich gerade eben sage ich noch hier wäre nice wenn hier ein Dorf ist ein Hexen äh ein Zombie Dorf ein Zombie Villager Dorf ich nehme ja du brauchst keine Betten äh craften eins ok ich habe aber ganz viel Hunger gerade ich habe hier noch äh paar Kisten gefunden alter das Dorf ist mega groß tschuuu komm mal bitte hoch na warte wir gehen da gleich zusammen hin wir gehen da gleich zusammen hin wir gehen da gleich zusammen hin und pack die erstmal da rein kannst du gerne äh 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 was äh reinpacken packen n 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 so kurz ich wollte mir jetzt kurz ein schwert hallo was das denn geht das im haus funktioniert das auch im haus oder ist das irgendwie so dann machen wir es so das haus machen was aber noch eine etage höher im berg runter gehen ja gerade aus dem weg guck es dir an guck es dir an wie riesig es ist das ist krass das ist ja 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 also wie können wir das ob bauern aber er jetzt mal ist mitzunehmen ja und wie können wir das mit der Steinschmutzhacke abbauen wie können wir das denn abbauen das Obsidien wie denn wie ja ja und jetzt ja ich schritte mh behalte ihn mal am besten kill k 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 Also ich würde sagen, ich mache erstmal hier rote Beete überall. Früher ist der Komposter. Okay, wie werfe ich da rote Beete rein? Den voll gemacht und haben wir jetzt einen, ach so, ja, jetzt, das geht ja so schnell. Ein Knochenmehl habe ich jetzt. Hier guck, ich habe hier jetzt so einen Abstand platziert, so ist gut, ne? Ach komm, wir machen noch mal ein bisschen weiter oder noch mal. Scheiße. Ach scheiße. Okay. 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 Oh. Ich bin tot. Ich schwul nur kurz meine ganzen Items. Hier habe ich jetzt alle Items wieder. Auf dem Dach. Oh. Ich habe die Spinne getötet. Jetzt komm schlaufen, jetzt komm schlaufen. Wir müssen das Dach mal fertig machen. Ach so, ja, hier sind noch ein paar Holzakts. Fäden hier rein. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Video zu Minecraft. Wenn ihr von dieser Art mit Lucas noch mehr haben wollt, lässt mal ein Like da und schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen. Morgen kommt nämlich ein FIFA-Video. Könnt ihr euch auch gerne mal morgen 15 Uhr reinziehen. Und ja, wir schauen mal nicht zur Woche, wie es so kommt. Ja, dann gibt es nächste Woche vielleicht auch schon die nächste Folge. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ciao.